Hallo und herzlich willkommen bei den Videokassettenkindern. In diesem Video möchte ich euch die Blu-ray von Prom Night aus dem Jahre 2008 vorstellen. Diese wurde am 10.01.2023 von CineStrange Extreme veröffentlicht und ist auf 300 Stück limitiert. Als Cover haben wir hier die Mediabook-Cover-Variante B. Links und rechts könnt ihr im Übrigen alle Variationen sehen. Hier dann einmal der Buchrücken und die Rückseite. Dort haben wir einige Szenenbilder, die Inhaltsangabe sowie die technischen Daten. Als Extras bekommen wir hier eine Bildergalerie und den Trailer. Das Besondere bei dieser Veröffentlichung ist, dass wir hier erstmals die Wahl zwischen der Kinofassung und dem Directors Cut haben. Dann werden wir das Ganze jetzt einmal auspacken. So, dann nehme ich hier einmal das Cover aus der Nähe. und auch noch mal die Rückseite. So, dann einmal hier die Blu-ray. Okay, da haben wir das alte Kino-Plakat-Motiv. Und dann schauen wir uns jetzt mal das Wendecover an. Ja, da haben wir auch noch einmal das alte Kino-Plakat-Motiv als Alternative. So, dann ist mir jetzt im Nachhinein noch was aufgefallen. Ich habe das wieder geändert, weil das Cover finde ich doch schöner. Wenn wir jetzt einmal ins Innere schauen. Nettes kleines Gimmick. Da fügt sich sogar die Scheibe direkt in das Cover ein, was da hindurch scheint. Aber befassen wir uns einmal kurz mit dem Film als solches. Dieser ist gut zehn Jahre zu spät erschienen. So bekommen wir hier einen klassischen 90er Jahre Teenie-Horrorfilm. Nur, dass das hier vorliegende Meisterwerk erst 2008 produziert wurde. Also zu einer Zeit, als das Hoch der Teenie-Slasher nicht nur überschritten, sondern schon am Boden lag. Für jemanden, der aber das Produktionsjahr nicht weiß, bei dem geht dieser als 90er Jahre Horrorfilm durch. Ein anderes Problem bei Prom Night ist halt der Titel. Prom Night. So gilt der hier vorgestellte Titel halt als Remake des gleichnamigen 80er-Jahres-Slashers. Nur, dass er halt weder ein Remake noch eine Variante des Films mit Jamie Lee Curtis und Leslie Niesen ist. Story-Technisch gibt es halt absolut keine Gemeinsamkeiten. Motiv, Täter, die handelnden Figuren sind komplett eigenständig. Einzig und allein der titelgebende Abschlussball ist als Gemeinsamkeit zu erkennen. Aber reicht dies von einem Remake zu reden? In meinen Augen nein. Was mich ein bisschen bei dieser Veröge wundert hat, ist, dass man auf den hier vorliegenden Cover-Varianten, wie auch bei den Mediabuch-Covern, nicht aus Marketinggründen auf Aldris Elba verwiesen hat. Der hier nicht nur kurz durch Bild läuft, sondern schon einiges an Screentime hat. Und auch handlungstechnisch nicht unwichtig ist. Zum Abschluss bleibt nur zu sagen, für 90er-Jahre-Teenie-Horror-Fans zwar kein absolutes Muss, aber dennoch ein Blick wert. Kein Film, der für mich ein Mediabuch-Kauf rechtfertigt, aber im Keep Case schon eine Überlegung wert sein sollte. Kommen wir aber nun einmal zum Inhalt des Films. Schülerin Donner verbindet mit ihrem Lehrer Robert Fenton eine nachhaltig prägende, brutale Erfahrung. Er war von ihr besessen. Nachdem ein Gerichtsbeschluss ihm verbot, sich der jungen Frau zu nähern, brachte er ihre Eltern und ihrem Bruder um. Danach schloss man im Wahnsinnigen in ein Hochsicherheitsgefängnis für geistesgestörte Kriminelle. Auch drei Jahre danach hat Donner das traumatische Erlebnis noch nicht verarbeitet. Doch nun steht der Highschool-Abschlussball auf dem Programm, der die dunklen Ereignisse der Vergangenheit verdrängen soll. In einem Nobelhotel erwartet Donner zusammen mit ihren Freundinnen Lisa und Claire die Nacht der Nächte. Aber dann ist plötzlich die Frage nach der Ballkönigin bloß noch sekundär, als sich nämlich eine schreckliche Nachricht herumspricht. Fenton gelang der Ausbruch. Bald färben sich die ersten Ballkleider rot. Und damit bedanke ich mich für euer Interesse. Lass gerne ein Abo oder Like da. Vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ciao.